Sie sind Besitzer einer Immobilie oder Mieter? Heute zeige ich Ihnen, warum der Energiepass so relevant für Sie ist und wie Folien hier eine nachhaltige Rolle spielen können. Der Energiepass ist ein Dokument, das die Energieeffizienz eines Gebäudes bewertet. Er zeigt an, wie viel Energie ein Gebäude verbraucht und gibt Auskunft darüber, wie viel CO2 es ausstößt. Der Energiepass ist in vielen Ländern gesetzlich vorgeschrieben und hilft dabei, den Energieverbrauch von Gebäuden und allen Beteiligten transparent zu gestalten. Ein energieeffizientes Gebäude hat viele Vorteile, darunter geringe Heizkosten, höheren Wohnkomfort und einen geringeren ökologischen Fußabdruck. Der Energiepass kann somit eine wichtige Rolle bei der Entscheidung für Ihre Immobilie spielen. Die Rolle von Folien bei der Verbesserung des Energiepasses Folien können eine einfache und kostengünstige Möglichkeit sein, die Energieeffizienz eines Gebäudes zu verbessern. Es gibt verschiedene Arten von Folien, die je nach Bedarf eingesetzt werden können. Zum Beispiel Sonnenschutzfolien. Sonnenschutzfolien werden verwendet, um die Sonnenstrahlung zu reduzieren und die Hitzeentwicklung im Inneren eines Gebäudes zu verringern. Durch die Installation solcher Folien kann der Bedarf an Klimageräten und elektronischen Kühlgeräten reduziert werden, was wiederum zu einer Energieeinsparung führt. Durch den Einsatz von Folien zur Verbesserung des Energiepasses können folgende Vorteile erzielt werden. Energieeinsparung, Bestandserhaltung, Umweltfreundlichkeit und Wohnkomfort. Durch die Reduzierung des Wärmeeintrags, durch den Einsatz von Sonnenschutzfolien, kann der Energieverbrauch eines Gebäudes deutlich gesenkt werden. Dies führt zu niedrigeren Kühlkosten und langfristigeren Energieeinsparungen. Vorhandene Glasflächen müssen nicht gleich ausgetauscht, sondern können durch eine Folierung noch viele Jahre effektiv genutzt werden. So schont man die Umwelt. Kommen wir nun zu dem Punkt Umweltfreundlichkeit. Eine verbesserte Energieeffizienz bedeutet auch eine Reduzierung des CO2-Ausstoßes. Durch den Einsatz von Folien kann der ökologische Fußabdruck eines Gebäudes verringert werden und somit trägt man etwas zum Klimaschutz bei. Kommen wir nun zu dem letzten Punkt Wohnkomfort. Folien können auch dazu beitragen, Temperaturschwankungen eines Gebäudes zu reduzieren und somit den Wohnkomfort zu verbessern. Ein gleichmäßiges Raumklima sorgt für Behaglichkeit und Wohlbefinden. Durch den Einsatz von Folien können wir die Effizienz weiter verbessern und somit den Wohnkomfort steigern. Gleichzeitig können wir Energie und Kosten sparen. Wenn Sie mehr über den Einsatz von Folien zur Verbesserung der Energieeffizienz erfahren möchten, dann schauen Sie sich gerne auf unserem YouTube-Kanal weitere Videos an oder stellen uns über unsere Homepage über das Kontaktformular eine Anfrage.